Hallo Leute, heute gibt es das Gedicht der Dämonen. Wenn euch mal die Videos gefallen, lasst mir doch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Dämon 1 und 2, die keuschen, über aufgeschlitzten Bäuchen. Dämon 3 und 4 genießen, fremde Körper aufzuspießen. Dämon 5 und 6, sie darben, nach den abgerissenen Armen. Dämon 7, Dämon 8, um die Beine, dicht gebracht. Dämon 9 und Dämon 10, sehen den Skalp im Winde wehen. Dämon Nummer 11 ist dran, reiß dir raus die Zunge dann. Dämon Nummer 12, o Graus, stich dir deine Augen aus. Und Dämon 13, hack dir zum Schluss den Schädel ab. 13 Dämonen, gingen von Deck, sind auf der Insel versteckt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Video, Dankeschön und Ciao. Verrückchen. Bleib Apple. Dämon 2, Installation 6 generous internet marriott. Wahr rzecz och dunklar. ária sailing.